Hallo und willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum warum zeigt er mir das jetzt in Tastatur Scheiße an? Ich bin nicht mit Tastatur aber ich spiele ich soll den Detektiv-Botos benutzen damit ich sehen kann wo ich hin kann hier ist eine Wand die kann ich später mit äh exklusiv geht zerstören guck mich dass man durchsehen kann hier könnte ich wo geht es so müsste ich ja weise keine Ahnung so und hier ist auch einer ich weiß dass in 1 Rittler Statue drin ist das weiß ich noch als Folge später und wir sehen auch schon hier ist die drin mal anders glaube ich auch eine drin aber eine die man normal finden soll damit man weiß dass die Rittler Trophäen auch existieren ich habe schon vorhin eine gefunden ja später kann man hier sowieso noch immer hin weil es man die nicht gefunden hat es gibt auch Karten die einem dann zeigen wo die sind sagt der Minimapier und ich erinnere mich gerade glaube genau wir haben den von Nali Quinn noch nicht gelesen er hat den Ventilator von der Wand gerissen du kannst jetzt den wächterfunk mithören sonst hier ist auch die erste ritter so viel wie man normal im spiel findet hier kommen wir jetzt noch raus center und ich auch hier soll ich anscheinend nicht hingehen das ist das für ein zeug die könnte ich auch jokers gift hört zu der raum ist voller giftgas jeder der darin gefangen ist es tot gehst du da rein und hilfst ihnen batman erst sagen jetzt wissen alle tot und dann hilfst du räumen ich muss euch den leuten hier in den giftgas raum helfen ich hoffe es kommt auch rechtzeitig das ist kein einfacher ausbruchsversuch joker hat das geplant ich glaube da hast du recht Berzi hier drüben ihnen wird nichts passieren bleiben sie hier die anderen sind halt alle tot aber wenn ich hier halt noch ein bisschen länger durch stehe 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 aber mein freund ich verfolge das tier das das getan hat ich kann nicht glauben dass er mich hier gelassen hat dieser so ein das ist black gate gefangen hi tschüss x day durch die lüftungsdinger da genau hier haben wir mit dem battle rank ausschalten und schon wird der raum erstmal gelüftet und ich höre schon im hintergrund sie sind wieder klappergebisse scheiße wo sie noch mehr davon machen oder ab so ah da mehr als eins ja 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 er ist eine leiter oh upgrade wir haben das erste Upgrade freigeschaltet das heißt können jetzt Sachen machen cooler Dinger Okay Okay Gibt schon richtig cool stuff aber wenn natürlich dass man nachkommt verbessern eine kommen oder mit werfen können das erste mal durch die stadt habe ich das nie gemacht habe ich das auch noch dass wir tun so gespielt wird das irgendwie nie gehabt und ich habe es durchgespielt also naja soll ich jetzt hier durch sieht relativ offen aus wir müssen ein drittes design eigentlich ich habe jetzt nur zwei gesendet hallo gebissen kann ich jetzt hier durch ich will mit dir reden mach ich gerne hier kann man nicht rutschen was man das kann man rutschen ich glaube das ging auch zu irgendeinem geheimnis oder so aber das war relativ wichtig naja sie sagen jeden teil das gleiche ich werde noch sehen wenn ich die anderen teile jetzt wäre das dass die da immer noch das gleiche sein ich werde nicht zusammenschlagen ich werde nicht zusammenschlagen dauer trocken vorstelle ja ja was das so gefällt sie ja doch da wenn es von hier kommen von da oben wie komme ich ich war unten schaut Was ist das denn? Joker gibt einen Weg vor, das finde ich relativ nett von ihm Ich finde dich, damit rechne ich, aber noch nicht jetzt Oh, scheiße Mal lecker Ne, ich muss jetzt noch mal Hallo? Hallo? Oh Oh Enough so Oh Oh Who the fuck Oh, nein Aber wenn du dieses Slow-Mo machst, das ist kein Leck Das ist völlig normal Oh, da ist nicht mehr Ich muss mich noch drauf sagen Ich komm mir mal kaputt, Alter Sonst Dieser Kampf ist viel zu leicht Oh, fuck Alter Ach, das war Oder einen Körper, den wird er wahrscheinlich werfen Nicht? Doch Ja Nein Ich weiß, dass er irgendwann von selbst aufgibt, aber Was hat das denn jetzt gebracht? Nochmal auf den Boden schlagen Bringt sie Oh, ihm geht's nicht so weiter Oh 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 Das war ein wenig unerwartet, ja Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen Ich habe gerade meine großzügige Phase Du kriegst das umsonst Los Schlag mich oder traust du dich nicht Beende es Zieh den Stecker Schalt mich endgültig aus Du wirst langsam zu ausrechen, Bob Vance Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren Es kommen Gäste aus ganz Arkem angeflogen Du wirst sehen, ne? Hehehehe Tja Da bist du tot Das war sie wegen Alltag Geil, geil, geil Okay Batman, ich bin hier drüben Oh, schuldig Ich halte das ab, nun Auf der Pfotze Go Aua Und go Schnell rein hier, bevor noch mehr von ihnen kommen Die würde ich halt umbringen Mach das, wenn die Blätter so umfeln Ja, was soll ich jetzt hier drinnen? Du bist ein Dödel Batman, ich bin hier drüben Ja Sie kamen aus heiterem Himmel Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert Ich muss ohnmächtig geworden sein Joker ist durch diese Tür, was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem Öffnen Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen Mhm, dann mach das mal Okay Habe ich mich rückversichert Während wir uns unterhalten ist Gordon auf dem Weg zu Harley Officer Bowles Ha 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 Wenn ich sehe, dass du versuchst mir zu folgen, stirbt er Harley freut sich schon drauf Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet Und wenn dann auf unserem Kanal Das Transportsystem ist gestört Das Beste was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen durch die du kamst Ich sollte zurück zu den Arrestzellen, Wohl zwar nicht sehr clever, er wird eine Spur hinterlassen haben Aha Na dann Ja, ja 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 Mauer Ja Das Das Kann Nee, ich hab noch nicht genug Punkte, ne Okay, hier ist meine Karte Ah Aha Okay, links und dann rechts Okay, hab ich verstanden auch Ja, ich hab alles verstanden Was ist passiert? Joker ist entkommen Er hat sich eingeschlossen Er hat deinen Vater Dad Keine Angst, ich hole ihn zurück Okay, ich weiß aber Oracle, ich hole ihn zurück Joker wird nicht gewinnen Das lasse ich nicht zu Ich fange da an wo er entführt wurde Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater Bruce, beeil dich bitte Oh yeah, Frank Bowles Mhm 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 Okay Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe Hat der große Detektive keinen Hinweis zu sehen Ich glaube nicht Das mit mir und Franky geht lange zurück Ich hab ihn vor ein paar Jahren aus einer Schwierigen Lage befreit Ah Also wenn ich Sicherheitsdienst brauche Oder einen alten Mann niederschlagen will Dann weiß ich wen ich frag Boah Das war echt ne krasse Kombo Ist ja jetzt interessanter Los, mach noch mehr Legerstutzen, du hohe Sauen Oracle, ich bin bei den Arrestzellen Ich kümmere mich um den Tatort Wie lautet der Plan? Etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell bei uns gehört? Genau Okay Boaz hat seine Flasche fallen lassen Schlampe Schlampe Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen Oh Ich habe eine Spur Ich bin high Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann Vielleicht nützen sie uns später Was dann? Achso, das ist sie Achso, genau So Oh Oh Hier ist es zu Ruf dich Achso Ja, natürlich Ich muss selbst der Spur folgen Ah Ah Ähm Ach doch, gut Das Penke macht mich irgendwie schwul Warte Boom 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 Ist der da? Ein Moment Oh Irgendwas dauert zu lange Oh Dankeschön Hi Unzuverlässig Wie ist Joker frei? Sei still Was ist los? Oh, 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 Batman Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst Und gleich mal den ersten Schraumeinsamanzug Cross Sag mal, was ist passiert? Sie fandest du das, Batman Jetzt kannst du aber du nicht mehr folgen Du bist da unten im Fahrzeug Willst du uns mit der Jay Fanta Mhm, da ist der neue Trattung Die Frau ist Die Frau ist schlau, das glaubt man nicht Oh, hier sind hier den Dings Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht Hier ist bestimmt noch was Hier ist bestimmt noch was Oh, was war denn hier? What the fuck, man? Was ist das? Gehört das nicht später zu nem Rätsel? Was ist das? Was ist das? Dear Dear Sir, Madame I'm riding Was ist der? The Joker? The Joker? Wirklich? Okay Hauptsache halt im Fernsehen Das ist schon mal gut Ja Okay Ich glaube, das war für später für ein Rätsel 3 Millionen Garten Aber ist hier vielleicht noch eine Riddler 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 Statue Der Raum ist auch so toll, das glaubst du nicht Ah ja Okay Also wir müssen jetzt auf jeden Fall hier hoch, denke ich Warum auch mal keinen Detektivmodus Weil die Spur wird eh nicht oben Äh Wird eh erst oben wieder Warte gehen Weil die hat ja hier unten nur irgendwann aufgehört Ah Ja Ja Noch was dann Oh, ja auch Hey Bills Ich weiß, du kannst mich hören Ich hab dir was, was du dir anbühren solltest Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus Wie wollen sie an all den Wachen vorbeikommen? Höhlen wir uns dir mal zu Hey Frank, wo machst du? Es kommen noch mehr von Jokers Männern her Sie sind auf dem Weg zum Anstaltseingang Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen, schnell Und dann kommt Jokers sicher den Hauteingang Wie viele sind es, Boots? Was? Er zum Teufel, weißt du was? Boots Frank, was machst du da? Nein, leg das hin Frank, was zum Teufel? Fried ist es sicher, leg mir den Arsch hier rüber Du bist mir einer, Frank Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich verliehen das hier das ist wichtig das ist wichtig das ist wichtig auch zum Zusatzinhalt Prozent die Aufersteilung ein weiteres Wettbewerb Das ist wirklich für die Organisation. Mal kaum weiterbärts. Warnung. Multiple Sicherheitslücken auf Ebene B. 4. Uh. Ähm. Warnung. Alle Patienten sollen sich ruhig verheißen und die Hände über den Kopf verschränken. Bei Nichtbeachtung ergreifen wir Maßnahmen, die zu Verletzungen oder Tod führen können. Fuck, man. What the fuck. Ah, hier haben sie eins. Ja. Das war vorhin ja schon hinter dieser Einwand. Da werden sie chroniken von Arkham. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt. Und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Okay. Äh. Aha. Okay. Na, ich werde dir auf jeden Fall. Oh, man. Wir haben nicht gerade alles gegeben. Joker hat er recht. Das ist einfach. Nachdem haben wir es gezeigt. Sie hat... Er ist hier! Hallo. Ich kann ihn nicht in eine Einzelteile. Boah. Das war das erste Mal, dass ich einen Angriff gefunden habe. Hallo. Flach zu. So. Es gibt leider nicht so viele Kombos, wie wir hier in den anderen Arkham teilen, aber naja. Radman, wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Oh, was gibt's denn jetzt? Ja, das ist geil. Dann kann ich sofort Leute, einzelne Leute ausschalten. Das ist so nötig. Genau, das ist auch ewig nötig. Ja. Das ist halt so nötig. Das ist zwar cool. Das brauchen wir aber nicht unbedingt gleich am Anfang. Das ist auch noch gut. Das ist in ein Commons-Begang. Und danach, das da, denke ich. Hm, oder das ist auch geil. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Das ist irgendwie alles geil. Na, das war's erstmal mit dem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.